Mein Name ist Sabine Weber, ich komme von der Brückner Maschinenbau GmbH. Unsere Firma stellt Folienreckanlagen her, also Anlagen, auf denen Kunststofffolien produziert werden. Auf unserer Produktionsart sind wir Weltmarktführer. Wir haben derzeit Hauptmarkt in China, also sind wirklich weltweit tätig. Die Brückner Maschinenbau ist Teil der Brückner Gruppe. Die weltweit ca. 1000 Mitarbeiter hat und generell als Anlagenbauer in der Kunststoffbranche tätig ist.